Lieber Michael, welcome. Warum wird diese Nacht unvergesslich? Was sagt dir deine männliche Intuition? Weil es der 50. Geburtstag ist. Und ich sage mal so, der deutsche Fernsehpreis hat gerade mal 15 Jahre überlebt. Und die goldene Kamera? 50. Ich würde mal sagen, auf die nächsten 50, oder? Definitiv. Auf welchen Preisträger oder auf welche Preisträgerin freuen Sie sich besonders und warum? Eigentlich wieder auf alle. Blöde Antwort. Aber es ist jedes Mal ein, es sind ja sehr besondere Gäste auch heute Abend hier und von daher bin ich natürlich wie bei jeder goldenen Kamera auch sehr, sehr aufgeregt. Glänzig. Sind Sie, gehören Sie zu den Typen, die als Letzte das Licht ausmachen oder verdünnisieren Sie sich irgendwie kurz nach der Preisverleihung, vor allem wenn man drei Stunden gesessen hat? Kommt auf die Party an. Aber wir müssen sehr aufpassen heute Nacht, die Grippewelle. Das heißt keine Küsse, kein Handshake. Oh, Sie sind hypochonder. Natürlich. Keine Umarmungen, nichts. Wir müssen alle, ich wundere mich, dass keiner mit Mundschutz rumläuft heute Abend. Was meinen Sie, was heute Abend hier für Grippeviren ausgetauscht werden? Kommen Sie mir nicht zu nah. Sie mir auch nicht.